Hallo, ich heiße Lisa Che und ich wohne in Russland. Ich meine, das ist der zweite Teil von meiner ständigen Rubrik, was hört sich Russland? Und da will ich reden wegen unserer Dienstsysteme und alle diese Arresten und alle diese DELES und so weiter. Für den Schritt zurück habe ich das erste Video getan, ihr könnt das sehen, da. Jo, und es ist Zeit für andere DEL, weil ein Portek zurück. Wir haben gewusst, die Joren waren unsere Anarchisten und Antifaschisten. Die letzte Portek im Ganzen ist sehr intensiv und sehr schwer. Die politische Represse zeigt sich sehr stark jetzt, meine ich. Die Hauptsache von dem Video ist die Netzteile. Zehn Aktivisten seien vermischt vor sechs bis achtzehn Jahren in Türme. Und die Menschen haben gar nicht getan. Aber keine Ahnung will ich erzählen über andere Sachen, euch was zu tun mit Arresten und so weiter. Die Psychoaktivistke Katrin Naschewa und noch drei Aktivisten und Aktivistkes seien arrestiert, weil sie in dem Gas haben sich geschminkt. Jo, es klingt, als es nicht kein S, aber es ist. Sie haben einen speziellen Schmink gegen Kameras mit Pony der Erkennung getan. Später den Tag seien sie befreit. Noch einmal, sie haben gestanden im Gas und haben sich geschminkt. Und dann, sie seien arrestiert bei Polizei. Andere Sache, Nadezhda Tlokonikova ist euch im Ganzen arrestiert. Aber vor allem, hat sie gedreht ein Musikvideo, ein neues Musikvideo mit Assach-Assach-Aktivisten von St. Petersburg. Und da haben sie gedreht. Und in der Mittenverdrehung kommt die Polizei und warbt sie Arrest. Sie seien vom Studio Arrest geworfen. Und nächsten Tag haben sie gemacht eine Fotosessie und dann kommt die Polizei und arrestiert sie. 13 Männchen oder 14 Männchen sind gewesen arrestiert, war gar nichts. Noch einmal. Sie haben gar nichts getan. Und die Polizei hat gesagt, Assach-Sachen. Weil die erste Sache ist, ein Mensch hat gehört schreien und hat gerufen die Polizei. Andere Sache ist gewesen, dass sie eine Propaganda machen für LGBTQ plus Menschen. Und wir haben eine Dinge gegen Gay-Propaganda. Und sie ist nicht arrestiert und dann sind sie verfreit. Und keiner sagt, was ist das gewesen? Und was ist das? Was ist das Russland? Das ist mein Name für diese Serie. Andere Däle. Das ist die ganze Däle, weil die Feministke und LGBTQ plus Aktivistke ist vor Hadeuschem jetzt in einem Häuser ist. Wollt ihr wissen, vor was? Vor was ist sie arrestiert gewesen? Ja, vor gar nichts. Warte, vor... Wortwörtlich gar nichts. Sie hat ein paar Zeichungen. Body positive Zeichungen mit Freunden. Und die Polizei hat gesagt, dass das ist Pornografie. Das ist eine Pornografie. Und noch, sie hat eine schöne Erzählung wegen LGBTQ plus Mischpoches. Da steht Mischpoche ist da, wo ist die Liebe. Und da steht es LGBTQ plus Mischpoches. Ja, aufgrund dieser schöne, schöne Message ist sie im Häuserest jetzt. Und... Ja, und die Polizisten lassen sie nicht zum Zahndoktor. Sie hat Schmerzen. Sie muss zum Doktor. Und Polizisten sagen nein. Nein. Ja, zurück zur Netzdele. Die Dele ist sehr schrecklich, sehr absurd und sehr unlegal. Zehn Antifaschisten, Anarchisten seien vermischt vor sechs bis 18 Jahren im Türme vor gar nichts. Ich hab das schon gesagt. Die Organisation Netz ist im Ganzen ausgetragen bei Polizei. Es ist nicht da kein Organisation Netz. Die Polizei hat das, ja, alles genommen. Ich weiß nicht wo. Aber die Dele ist fabrikiert bei Polizei. Der Unklug ist die nicht existierte Organisation Netz. Sie hat gewollt, machen Änderungen in unser meluchaner Regime. Ja, noch einmal eine Frage. Aber sie haben gewollt. Sie haben etwas gewollt zu machen. Und jetzt sitzen sie im Türme. Das ist eine Gedankverbrecherei. Und das ist nur ein Anfang. Ja, Polizisten haben gewollt Karriere zu machen. Und machen die größte Dele. Und sie haben ausgetragen diese Organisation. Sie haben gehabt ein paar Menschen. Das ist alles gewohnt in Penza. Und ein paar Menschen von St. Petersburg. Und die Polizei will diese Dele. Und was haben sie getan? Die Polizei hat Asyrem verletigt. Mit Elektro. Und sie haben sie geschlagen. Alle Klugwärter von dem Arrestanten seien ignoriert. Bei Gericht. Weil Polizei und Gericht in Russland. Das ist eine einzige Sache. Manche Aktivisten haben unter die Peinigungen falsche Äde gesorgt. Aber dann haben sie sie zurückgenommen. Und das Gericht ignoriert die zweite Sache. Die ganze Dele steht auf die falsche Äde. Und was hat die Polizei noch getan? Sie haben reingeworfen Drogen. Und sie haben reingeworfen Waffen. Zu diesen Aktivisten. Sie haben auch geschnitten Eude überweisen. Zu machen sie passendig. Und erwartet Peinigungen. Alle Arrestanten sorgen wegen Peinigungen. Mehr Informationen sagen alle Advokaten von Arrestanten. Die Linken seien in der Deskripte. Die Mutter von einem Aktivisten hat einen einzigen Protest gemacht. Wenn du allein mit deinem Plakat stehst. Und das ist legal in Russland. Aber sie holt backunter straff. Weil sie holt im falschen Ort gestanden. Das Gericht in Dele ist beschleimt. Im ganzen Masken mit Alts. Was sagt Prokuratur? Das Gericht in Russland folgt 100% als was sagt die Meluche. Was sagt Prokuror und so weiter. Ja das wissen alle Menschen. Das in Russland. Wir haben sehr autoritarische Meluche. Aber nach dem Gericht. Wenn im Tag 10. Februar. Wenn das Gericht sagt. Wie viele Jahre Wellensitzen die Arrestanten. Apo-Aktivisten von Moskva und anderen Städten. Haben gekommen kein Pensa. Und sie haben besucht das Gericht. Sie haben gemacht eine Aktie. Aber noch seien vier Menschen arrestiert. Die Polizei hat sie gehabt. Auf dem Zug. In Moskva. Sie haben gewollt nach Hause zu fahren. Aber dann kommt die Polizei. Und hat sie. Sie haben sie geschluckt. Später haben sie aufgenommen die Smartphone. Und andere Aktivisten von anderen Städten. Seien rausgeworfen. Von dem Tier. Wo sie wollen. Weil die Polizei kommt. Schreckt. Dem Ballerbuss. Von dem Tier. Ja und sie sagen Porsche. Ja. Geh weg. In der Nacht. Sie haben weggegangen. Und sie haben gewusst. Wegen. Die vier. Nähe. Arrestanten. Sie sind gegangen. Kein. Die. Türme. Wo sitzen. Die. Aktivisten. Von dem Zug. Aber. Die. Türme. Ist geschlossen. Nicht. Kein. Mensch. Kein. Areinkommen. Nicht. Kein. Advokat. Und. Die. Nähe. Seine. Von. Vier. Aktivisten. Man prüft. Versprechende. Information. Rufen. Polizei. Zu. Fragen. Was. Sich. Das. Und. Polizei. Tut. Gor. Nicht. Polizei. Melden. Sich. Nicht. Ja. Das. Ist. Gewinn. Sehr. Sehr. Schub. Ich. Hab. Das. Geholt. In der. Nacht. Seinen. Die. Aktivisten. Befreit. Und. Plakaten. Und. Kein. Mantel. Seinen. Seinen. Gefahren. Kein. Moskow. Kein. Seinen. Versach. Weil. Sie. Tun. Sich. Jedertag. Und. Du. Weißt. Nicht. Mehr. Wegen. Was. Kannst. Du. Füllen. Weil. Ob du. Will. Alles. Füllen. Ich. Du. Kannst. Explodieren. Du. Kannst. Aber. Nicht. Alle. Geräten. In. Russland. Seinen. Sehr. Verfolgte. In. Moskwe. Ist. Befreit. Wer. Der. Hager. Gay. Mensch. Jo. Die. Meluche. Sorgt. Dass. Du. Kannst. Nicht. Zeichen. Menschen. Du. Kannst. Nicht. Zeichen. Menschen. Du. Kannst. Nicht. Sein. Antifaschist. Du. Kannst. Nicht. Zeigen. Deine. Solidarität. Du. Kannst. Nicht. Du kannst. Gar. Nicht. Sorgen. Oder. Trachten. Du. Kannst. Und. Wird. Sein. Turmerfach. Sechs. Bis. 18. Jahren. Um. Süß. Und. Nicht. Ja. Es. Sieht. Us. Wie. Die. Meluche. Pruft. Verboten. Die. Freundschaft. Der. Solidarität. Aber. Du. Kannst. Das. Nicht. Verboten. Menschen. Zu füllen. Solidarität. Oder. Zu zeigen. Solidarität. Wenn. In. Russland. Es. Nicht. Unlegal. Machen. An. Aktien. Mehr. Menschen. Aber. Es. Legal. Machen. Einziger. Protest. Wenn. Du. Stehst. Allein. Menschen. Haben. Ausgetragen. Diese. Schlange. Zum. Pikett. Wo. Steht. Mit. Plakat. Und. Sock. Etwas. Und. Andere. Menschen. Stehen. In. Die. Lange. Schlange. Und. Sie. Sie. Stehen. Ja. Sie. Stehen. Sie. Machen. Keine. Aktien. Macht. Nur. Der. Versteht. Mit. Plakat. Ja. Wir wollen. Ausgetragen. Etwas. Aber. Der. Polizistische Gewalt. Ist. Ärger. Und. Ärger. Und. Putin. Die. Konstitution. Ändern. Ob. Das. Gericht. Ist. Schlecht. Und. Macht. Verbrecherungen. Da. In. Russland. Ist. Machen. Na. Klagwort. Zu. Europäische. Gericht. War. Menschliche. Rechten. Und. Putin. Macht. Die. Konstitution. Anders. Merken. Nisch. Das. Machen. Und. Fahre. Manche. Arrestanten. Eine. Und. Einzige. Sach. Das. Seien. Na. Viele. Nicht. Alle. Neues. Von. Abortek. Nor. Teil. Von. Politische. Repressiers. Und. Polizistische. Gewalt. Ich meine. Der. Welt. Weiß. Gar. Nicht. Wegen. Das. Ich hab. Das. Gesehen. In. Die. Welt. Neues. Ich hab. Wegen. Russland. Heere. Noch. Wegen. Oh. Putin. Macht. Etwas. Mit. Wallen. In. Verenigte. Toten. Und. Das. Satz. Oder. Russische. Hackers. Aber. Was tut sich. Do. Erzählt. Keiner. Menach. Ich. Heere. Das. Nicht. Und. Ja. Ich. Hab. Gewollt. Das. Machen. Helft. Mehr. Und. Verspray. Die. Information. Do. Seinen. Mehr. Linkler. In. Englisch. Wegen. Diese. Und. Helft. Mit. Geld. Überkennt. Wir. Haben. Asak. Organisations. Wir. Helft. Restanten. Und. Seinen. Besprochen. Und. Sie machen. Die. Nähe. Alle. Linkler. Seinen. Do. In. Deskript. Guckt. Und. Ohne. Dank. Noch einmal. Versehen. Seid. Informiert. Und. Seid. Gesund. Und. Träpf. Salen. Findbach. Pin Gang. Weis. 头 get. DuTon. Soviці. redist ext ogget.